Der Darm selber ist nicht schmerzempfindlich, aber während der Darmspiegelung muss man Luft oder CO2 einblasen, damit man die Darmwand besser sieht. Das kann zu Blähungen führen und wenn der Darm sehr gewunden ist, dann kann es auch zu Schmerzen durch Ziehen an der Darmaufhängung führen. Das kann man aber sehr gut beheben durch ein Kurzschlafmittel, das man während der Untersuchung geben kann, das einen sehr erholsamen kurzen Schlaf macht und dass man punktgenau steuern kann, sodass der Patient gezielt am Ende der Untersuchung auch wieder wach ist.